Ja, hallo, hier ist der Tom Freudenthal und meine These heute ist, nie mehr auswendig lernen. Ich kriege halt ganz oft Fragen von Leuten, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen, weil sie irgendeine Prüfung schaffen wollen und die mich dann fragen, wie kann ich denn am besten auswendig lernen? Und dann sage ich immer, auswendig lernen ist eigentlich keine gute Idee, ganz generell mal nicht, weil wir sind ja keine Papageien. Auswendig lernen per Definition, so wie ich das verstehe, heißt im Grunde, dass ich einfach stur lerne, etwas, was da steht, wiederzugeben, genauso wie es da steht. Das kann in ganz speziellen, begrenzten Einzelfällen vielleicht mal sinnvoll sein, wenn ich vielleicht einen juristischen Satz genauso mal wiedergeben muss, wobei auch da gilt das, was eigentlich für alles Lernen gilt, nämlich, dass es im Prinzip immer über das Verständnis gehen muss. Weil das Wissen, was man sich einfach nur durch auswendig Lernen antrainiert, da hat man ungefähr so viel von wie ein Papagei, der Worte wiedergeben kann, nämlich fast gar nichts. Es geht ja darum, die Informationen anzuwenden, da was mit zu machen konstruktiv, das kreativ irgendwie weiterzuentwickeln oder auf Situationen anzuwenden oder damit einen Prozess zu starten oder ein Projekt oder irgendetwas zu tun, was sinnvoll ist. Aber sinnvoll ist ja nicht, irgendwas auswendig Gelerntes wiederzugeben. Ich meine, wo braucht man denn das im wirklichen Leben, außer vielleicht mal in der Prüfung? Aber selbst da geht es doch eigentlich darum, den Kern der Information zu verstehen, das einzubetten in größerem Zusammenhang, in Relation zu setzen mit anderen Dingen, die man lernt, die wichtig sind, um ein tieferes Verständnis zu erreichen für das, mit dem man sich beschäftigt. Dann kann man das nämlich später auch anwenden. Aber wenn ich einfach nur was auswendig lerne, habe ich ja nicht wirklich was gelernt. Da kann ich ja dann eigentlich kaum was mit anfangen. Es gibt natürlich manchmal Zahlen, Daten und Fakten. Da ist es praktisch, die parat zu haben, um dann konzeptionelles Wissen tatsächlich auch anzuwenden. Das macht schon manchmal Sinn und dafür haben wir auch eine Lösung, die heißt Lernbook.de. Damit geht das ja wahnsinnig schnell. Damit kann man Fachvokabeln lernen, Fremdsprachenvokabeln, Zahlen, Daten, Fakten, so kurze Dinge, die man sich sonst schwer merken kann. Aber das ist ja nicht das eigentliche Lernen. Das macht man mal nebenbei für bestimmte Detailinformationen. Aber richtig Lernen ist eigentlich, diese Welt besser zu verstehen. Mit Informationen tiefer einzudringen in das Thema und das zu begreifen und dann anwenden zu können auf Dinge, die man wirklich machen will später. Und das geht mit auswendig Lernen überhaupt nicht. Weil auswendig Lernen kreiert und erzeugt kein Verständnis und keine Möglichkeit wirklich später damit kreativ umzugehen mit dem Wissen. Und das ist eigentlich das, worum es wirklich geht. Also, wenn du lernen willst, wie man das früher in der Schule gemacht hat, um irgendeinen Test zu bestehen, dann ist das vielleicht mal eine Notfallsituation, die man mal ausnahmsweise machen kann, wenn man das unbedingt braucht, um dann weiterzukommen. Aber grundsätzlich ist das kein Lernen, sondern das ist einfach nur Wiedergeben. Das ist das, was die Babageien machen. Und das ist nicht das. Das wollen wir eigentlich auch tun, was einem gesagt wird. Das ist eher für Hunde. Also von daher, das ist alles nicht sinnvoll. Wir sind ja Menschen und deswegen geht es da um was ganz anderes, wenn wir lernen. Und darum ist mein Appell, wann immer es möglich ist, nicht auswendig lernen, sondern übers Verständnis gehen. Begreifen, worum es da gehen könnte, wie das mit anderen Dingen zusammenhängt und wie man das anwenden kann. Das ist wirkliches Lernen und davon hat man später auch was. Alles klar? Übrigens machen wir das mit den sogenannten CL-Maps Pro oder mit den CL-Maps, weil das ist ein Prozess, der einen parallel zum Lesen zwingt, darüber nachzudenken, wie das denn alles miteinander zusammenhängt und was das denn bedeutet. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch was mit dem Wissen anfangen. Das geht relativ einfach, weil dieser Prozess mit den CL-Maps Pro einen praktisch dazu zwingt, zu denken. Und in dem Moment, wenn Denken beim Lernen beteiligt ist, dann findet wirkliches Lernen statt und dann hat man auch was von dem Wissen, was man dann aufbaut. Okay? Alles klar, bis zum nächsten Mal. Top Reutenteil.